Was sagst du was? Oh! Oh no, du hattest ihn, Dutch. Er ist hier für uns. Ich wundere das. Nein, du wundere mich. Ich wundere dich nie, Dutch. Du... Du hast immer gesagt, Revenge ist ein Luxur, das wir nicht können. Das ist ein richtiges Geheimnis. Geh das. Und das ist nicht mehr. Dann Revenge für Business, lange vor. Sie waren über Trenn und Detonator hier. Colm hat immer gute Informationen gehabt. Komm schon. Und du denkst, dass jetzt die richtige Zeit für einen Trenn? Jetzt, du möchtest, leben auf Dier, Piss und Rappet-Shit? Ich bin zu großartig für diese Leben. Herr Mathews, Herr Smith, Herr Pearson. Kannst du bitte nach dem Ort? Es gibt O'Driskels über. Hiya! Hiya! Ein Lasso, okay? Südwest, richtig, Arthur? Ja. Du sagst, folgst den Haupttrail Südwesten. Sie sind nicht nahe nach dem Meer. Okay. Lass uns diese Pistole finden, bevor sie uns finden. Und robben sie ihren Planeten. Okay, okay. Jetzt geht's gleich rund hier. Meine Fresse. Das... Ich dachte, wir machen erst mal ruhigen, aber... Let's go! Ja, das sieht immer so fantastisch aus, diese Zwischensequenzen. Toll. Was ist das? Tracks. Horses. Quite ein paar von ihnen. Mhm. Ja. 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 Ich weiß, dass du nicht viel von meinen Ideen denkst. Aber das ist der richtige Weg. Okay. Ja. Ich weiß, dass ich deine Brücke habe. Ich habe gelernt seit langem, dass du Colm O'Driskel hattest. Wait für ihn, und die Leute, die du liebe, werden sterben. Das Wunsch zwischen dir und ihm, muss ich zum Schluss kommen. Einem Weg oder nicht. Ich werde es sein. Bedeutung kann ich nicht vergessen, andere kann ich nicht vergessen. Was er an Hannabelle hat, kann ich auch nichts tun. Wer ist Hannabelle? Du hast seinen Bruder getötet, Dutch. Okay, er hat seinen Bruder umgetötet. na da bin ich ja gespannt ob das wirklich so sein wird wissen sie das so wir sind gerade am see vorbei geritten ja du reitest mir doch hinten rein quatsch mich doch nicht voll menser Ich finde das schön, dass er alle mit Mister anredet. Mr. Morgan, Mr. Esquela. Schön. Ich hätte mal meine Waffe mitnehmen sollen, ja? Naja. Wir gehen ja nur mal gucken. Diese blaue Jacke, ne? Wir brauchen dringend neue Kleidung. Okay, okay. Hütten. Da oben steht einer. Ist er das? Sieht so aus, ne? Oh. Wirklich nicht happy. Meinst du, das ist eine gute Idee? Okay. Na dann. Biohazard. Howdy. Einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, dir geht's gut. Und ja, du hast einen angenehmen Tag. Ja, ja. Ich hole mein Gewehr. Jawoll, Dutch. Zu Befehl, Dutch. So. Einmal der Repetierkarabiner. Aber ich nehme mal unsere normale Knarre wieder mit. Ja, kann ich? Warte mal, kann ich? Nee, geht noch nicht, ne? Naja, gut. Gut. Wir haben ja das Gewehr. Alles ist gut. Ein Godpack bei 1,5,1. Herzlichen Glückwunsch. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now are supplies, equipment and a way out of here. Everything else, including comb. Okay. Ja, aber wir knallen die doch jetzt ab. Ich folge dir. Geh vor, mein Gooter. Ja, oder auch nicht, wie es scheint. Die Shiggy-Reihe komplett. Ich gratuliere dir. Die finde ich mit am besten von den Karten. Glurak gefällt mir nicht, obwohl es mein Lieblings-Pokémon ist, aber die Karte sieht nicht schön aus. Und ja, Shiggy und Tortok und so, die sehen einfach gut. Am besten aus. Herzlichen Glückwunsch. Naja. Ob das hier so eine gute Idee ist? Aber naja, gut. Wenn der Dutch meint, ne? Der ist ja der Boss hier. Und wir sind bloß... Acht, sag bloß! Wir sind bloß der Idiot, der hinterherrinnt. Na je. Ich merke es ein bisschen mit der Verzögerung. Gerade beim Steuern oder sowas. Das ist so circa eine halbe Sekunde oder sowas später, wo es reagiert. Was ein bisschen schwierig manchmal ist. Vielleicht muss ich dann doch nochmal umstellen, aber dann wird das mit der Kamera wieder nicht klappen, glaube ich. Ist eigentlich noch alles synchron. Sieht eigentlich ganz gut aus. Kann ich mich ducken irgendwie? Wir gehen ducken. Ich nehme mal meine andere Knarre hier. Ich nehme mal das Gewehr. Ach, die Atmosphäre ist einfach super, ne? Die Musik ist fantastisch. Und dafür, dass es ein PS4 Spiel ist, das sieht einfach super geil aus. Ja, wie nochmal? Äh, ups. Hahaha. Hoppala. Oh, das ist der Dutch. Das habe ich wohl versaut, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Das habe ich wohl versaut. Lade mal nach, Afer. Ciao. Wo sind sie denn? Oh. Schöne die rübergeballert. Oh. 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 inner bin ich wo ist der andere ich sollte mal hier weg so gehen wir in deckung wieder so ok weiter geht's der lebt noch was für ein dreck ja ja geh doch mal da in deckung aber was machst du ich glaube den haben wir aber gehst du mal raus da schön jetzt ist er richtig in deckung gegangen geil dass ich erstmal die eiszapfen abschießen musste wie cool war das denn welche in der hütte ach da hinten ich sehe schon ich treffe sie nicht der zeichen getroffen komm schon könnt ihr mal ein bisschen näher rangehen aber bleibt überall hängt ein hängen geblieben in die seite ja sehr gut genau search the bodies das wollen wir machen plündern let's go hier gibt man mal der hut hier sehr schön ist sogar meiner sorry der hier einfach so angefangen habe mit rumballern aber ja habe die falsche taste gedrückt kann ja mal passieren ich sammle hier gerade ein mann ja ich komme gleich freunde ich komme gleich ich komme ja schon ich komme ja schon ich helfe ja schon stirbt gefälligst der drei ok wo sind sie denn ich sehe überhaupt kein ja mist aus augen verloren wo kommen sie haben wir erwischt ja sieht gut aus ja 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 ouch da ist noch einer noch mehr junge 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 jetzt keine waffenrat wir müssen hier schnell alles einsammeln die wollen hier bestimmt gleich abhauen die idioten und nichts mitnehmen weil hier guck mal ein ring und alles warum soll ich das waffenrat jetzt ausrufen was los rück um zu wechseln ach dead eye tonica soll ich jetzt nehmen naja gut schön plündern ich hoffe die mission geht jetzt nicht krachen weil wir zu lange brauchen oder dutch ist sauer hier wir kriegen sogar geld von dem mann sammelt die scheiße doch ein wir brauchen geld und alles aber lassen alles liegen komm schnell plündern siehst du noch mal geld wir brauchen so viel für waffen und alles alles mitnehmen so mein hut würde ich auch wieder haben nimm dir mit sehr schön so hier hat man auch was aber eigentlich in den häusern was zu essen oder so abgenagte apple ein bisschen munition nichts berauschendes leider schade ja 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 ich weiß dass ihr auf mich wartet ich muss aber noch das tonic umnehmen so will es das spiel gibt es hier was schönes guck mal einen rucksack nimm den mit nichts mehr hier schade 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 schokolade ich hoffe die warten noch eine weile wir sind ja in der nähe ja ja ich komme schon guck mal ich bin schon auf dem weg ich bin schon fast da hier finden wir noch einen der kann sich nicht entscheiden der typ ne der dutchy ich bin die ganze zeit schon dabei ja mache ich sofort alles klar wird gemacht kann ich den auch noch plündern ist vorbei mit plündern sie kannst danach aus ok gut wenn wir nicht weitermachen dürfen dann ja ich durchsuche ja das gebäude ok gut was haben wir denn hier kautabak eine zigarre ok nett losengemüse was zum amt ist auch immer gut und wir haben eine unendliche tasche wie es aussieht arznei ich kann keine weitere tragen davon schade aber die zigarre will ich haben nimm die zigarre afa sehr gut so hier ist nix wie es aussieht was haben wir hier noch bourbon na klar noch eine zigarre was das hier eine spardose oder was schön die wassertropfen sogar ne voll geil ok dynamit nix wie es aussieht das sieht gut was denkst du bill sieht gut es sieht gut es sieht gut es sieht gut es sieht gut komm wir haben alles gesagt mr cornwall komm gleich jungs guck mal hier liegt noch so viel ach man naja ich glaube wir kriegen noch genug gelegenheit ganz viele leute auszurauben outlaws for life outlaws for life ok wir überfallen entzug der dutch ist sich sehr sicher ne obwohl es gerade richtig kacke für die aussieht aber gut jetzt haben sie wieder ein bisschen Erfolg gehabt durch das naja ausräumen das ok let's go ach wie hübsch das ist toll ja lass auswählen und let's go komm plötze legten zahn zu jetzt sind wir nah genug so mein freund wir haben schon einen freigelassen aber warte mal ich kann nicht plündern vorher ja klar mach mal erst mal plündern oh nett ja das stimmt wirklich wirklich sehr nett von ihm und los geht's und einmal übern Arsch kann ich den Hut mitnehmen ne ne schade guck mal mein freund jetzt wird das aber wieder so ein scheiß wetter die arme sau scheiße die arme saue tut mir schon ein bisschen leid aber so ist das leben mit dem outlaw kann ich den schlagen oder so geht das kann ich dir meine reinhauen wenn dann weiß ich nicht wie du sollst die schnauze halten die arme sau ach cool mit dem mond da hinten schon sehr cool waren wir so weit weg vom lager echt jetzt kam mir gar nicht so vor aber gut wir hatten zwischensequenz dazwischen also nicht verwunderlich dass es dann etwas länger dauert und da sind wir schon sehr gut so kirin willkommen in deinem neuen zu hause so mein freund einmal hier an plötze einmal anbinden die arme saue stufe 2 verbundenheit gesundheit auf stufe 4 erhöht sehr schön die arme saue ich hätte auf dem weg gehen sollen ne findeschön so 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 Oh nein, jetzt all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up some place safe. We get him hungry first. I got saying, my friend. We shoot fellas, is need shooting? Save fellas, is need saving? And feed them, is need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it. An O'Driscoll in my camp. I ain't an O'Driscoll, mister. I hate that fella. Oh, whatever you say, son. Well done, Arson. I'm just sorry we missed out on coal. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay. Naja, hat doch trotz meiner Dummheit besser funktioniert, als ich dachte jetzt. Trotz, dass ich geschossen habe. Haben wir es ja geschafft. Damit he ist. Have fun! Untertitelung des ZDF, 2020